Und Hallihallo und herzlich willkommen zu TheAvengers im Titanquest-Stil. Sind wieder alle dabei. Die große Avenger-Truppe. Und wir gehen uns ein weiteres Mal auf epische Weise an. Genau. Heid flack. Heid klatsch mal. Zumindest drei Scorpion Kings. Wenn's denn sogar mehr sind. Oh Gott, sind wir schon wieder in einem riesen Gewühle, kann das sein. Ach, na. Während du dir da arbeitest, arbeiten wir Caster hinten. Mhm. Das werden da irgendwie nicht weniger. Wie schaut's bei dir aus, Matthias? Äh, ich hätte da mal Heilung gebrauchen. Ja, du, ähm. Ach du Scheiße. Bitte sehr. Danke. Ich hab da Schuld auf der Gedanke. Ja. Jetzt bei so viel Supporter, das lohnt sich jetzt wirklich schon. Jetzt rufen's aber bei mir auch schon ziemlich heftig, also. Äh, dann ist ja gut. Bei mir, bei mir geht's eigentlich. Das geht. Und die Effekte her schafft's ja bei Corten, das ist überhaupt kein Problem. Nur das Aufnehmen irgendwie schafft es nicht so ganz gut. Die Avengers Edition von Titan Quest. Das hilft nichts, wir müssen eine Corten bauen. So die Avengers Corten oder so. Hä? Eine Sonnenscheibe. Ich habe was vorbereitet. Matthias? Ja. Bleib mal stehen. Hier, guckst du den da. Das hab ich ja gesehen. Oh, das ist eine Arcane Formel gewesen, glaub ich, was du da erwischt hast, Angie. Mit der Sonnenscheibe weißt du, dass du mit kommst, gell? Weil ich hab den... ich hab Ajax-Bronze-Türm, also... Angie? Ja? Kann das sein, dass du eine Arcane Formel erwischt hast? Nein, das war Amulett. Nein, das war Amulett. Das Amulett hab ich grad vollen lassen. Na, ich mein, das... okay. Na, egal. Na, wo hast du das? Das okulte Amulett, das war grüner Gegenstand. Boah, hab ich mir denn so verschaut. Ja. Bist du gelähmt. Uh, das sind aber weniger als erwartet. Ich hab gedacht, da kommen jetzt eigentlich noch ein paar. Wo? Naja, so ein kleines Korpus. Bisschen zu süß. Ja. Sie sind total flauschig hinter die Ohren. Haben die Viecher überhaupt Ohren? Nein. Nein. So, warte mal, warte beim Tor dann. Ja, ok. Die, die Pracht, die wollen wir jetzt alle haben. Alle bereit für den Herzinfarkt? Ja. So. Und... Drei. Drei. Ja. Older Schwede. Boah, boah, boah. Erster ist weg. Und zweiter und dritter. Hahaha. Das ist einfach zu gut. Das ist ja einfach unmöglich, hä. Da ist nix drin. Eine kleine Formel. Eine kleine Formel. Eine Auge des Chaos. Eine Körperung. Ja, ich sieg's. Ich arbeite dran gerade. Eine saugende Riesen-Axt. Was? Eine saugende Riesen-Axt? Das ist eine Sucking-Giant-Axt. Oh Gott. Eine Sucking-Big-Axt. Oh Gott. Eine Sucking-Big-Axt. Oh Gott. Ja, jetzt jammene Tuma. Mein Gott. Na. Wir versuchen doch Gott die Welt zu retten. Du chattest doch Facebook. Wohl nach Memphis, ja. Durch Likes werden wir den Krieg nicht gewinnen. Ja, na, na. Boah, jetzt haben wir aber glaube ich alle ordentlich Gott Verkörperungen zu kriegen. Oh, zwei Stück. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. Ich hab da dann zwei weiße Items in meiner Tasche, aber halbes doppelt, das ist irre. Warte mal, du kriegst von mir auch noch eine Verkörperung. Legt sie einfach auf den Boden da. Bei der Mini Pyramide. Das hat ja schon wieder fast Cheat Eigenschaften gehabt grad. Ah, jeder hat das gleiche gekriegt. Uja hat das Horus und das andere. Soll ich das auch mitnehmen? Ja. Das ist nämlich cool. Jetzt hab ich nämlich Baid fertig. Wollen wir? Doe noch was hier? No, droppen wir mal was. Also der Effekt taugt da. Ja. So, cool. Und so ne Sonne ist fertig und so ne Turm ist fertig. Bist du da. Also man muss sagen, wir haben schon richtig viele Sachen fertig. Oh, oh! Das Drachen, die Drachenzunge, das ist ein, 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 ein großes Artefakt. Wow. Da brauchen wir ein, ein Sternenherz an irgendein Talisman und eine große Schriftrolle des Vampirismus. Okay, das kennt man da. Ich schau mal gerade, ob ich irgendeines davon als, als Dings wenigstens hab. Nein, gar nichts. Okay, das ist jetzt nicht so pralle, aber damit können wir leben, glaube ich. Das wird sich schon noch ergeben. Ja, weil damit ist ja eigentlich nur durchrennen, mehr oder, also durchrennen das Spiel. Wow. Tank 4. Moment. Ah, macht die Stanne schon da. Das ist mein Tank. Der macht ja alles so langsam. Boah, 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 Effektfeuer. Ich glaube, ich werde auf dem D-Tasten, oh, er ist halt den Energietraum. Ich habe jetzt auf der, Matthias, ich habe jetzt auf der rechten Maustaste den Energietraum. Ich verliere so selten Energie und wenn, dann heile mich eigentlich durch den Zauber. Das einzige Problem ist, ich werde mit dem Angriff Manna verbraten. Das heißt, ich brauche sehr viel Energie. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass jemand mit dem Heiltrank auf der rechten Maustaste hat. Ja, ich habe jetzt den Energietraum eiskalt drauf, also, es kommt tatsächlich vor. Aber das Wichtige muss jetzt definitiv nicht. Was los? Oh, 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 oh. Oh, das sind aber viele. Das sind aber viele. Viele, viele Krokodile. Boah. Nein, also ich persönlich sehe dann noch Lederhandtaschen. Ja, jetzt schon. Ich sehe Leder, schuhe, aber okay. Pamps. Ich sehe da schicke Lederwesten. Also ich sehe da eigentlich nur Vetteln. Ich sehe gar nicht mehr. Siebererweise. Bei der Framest. Ja, aber es läuft super anscheinend. Aber es ist, man merkt wirklich jeden Effekt von allen Leuten, die dabei sind. Das bringt schon was. Es ist übermächtig. Ich stelle von mir, ich hätte nicht noch zwei Lederhandtaschen dabei. Ja, ja, müssen wir noch auftreiben. Ein Heider und dann, ja, nur jetzt Knopf. Nein, wir brauchen Supreme Commander zu viert. Supreme Commander zu acht, das war ja damals eine Aktion. Dann können wir, dann können wir dieses eine Pro-Video, das wir wie geschaut haben, das Skeletons, ähm, das nachbauen. Oh Gott. Nein, das wird nicht halb so Pro sein wie bei dem Spiel, aber es war definitiv lustig. Aber ich glaube, wir sind so wild in Wiener, auch noch nur uns zu achten. Na ja, wir müssen halt schon Teams machen, die fair sind. Ja, und du siehst, wie sie für einen fetten Helfer verschillt. Das ist dann relativ nett gemeint, aber thanks but no thanks, oder? Ja. Erkaufen? Nein. Nein. Unrelevant. Weil er auch nicht die sechs Minuten will ich am Toschen ab. Es sind doch überall nur Lederhandtaschen laufende. Was ist mit Ägypter los? Überall laufen Lederhandtaschen rum. Oder so merkwürdige Pelztiere. Kälzmäntel und Lederhandtaschen. Oh mein Gott. Kästus? Ich glaube, das ist aber schwer, oder? Magisch, glaube ich. Bitte? Das ist aber was Magisches, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Es ist. Matthias? Wow. Wenn ich es jetzt anlege, nach dem Kampf, dann wirst du es erkennen. Es ist Kästus, endlich. Die geilste Rüstung in ganz Ditenquest. Die blaue. Hat dann zufälligerweise irgendwer zu mir hinten zur Ekonome geschaut. Na, wieso? So fette Mobgruppen. Jetzt hast du einmal die Wolken reingekaut, dann haben Blitz und alles synchron umgekippt. Ego. Das hat cool ausgeschaut. Das hat doch keinen Sinn. Wieso? Was ist los bei der Angie? Äh, alle drei Sekunden abbilden uns gut nach. Echt? Ja. So ist es besser. Es ist so wenig Frames. Das ist wirklich nicht möglich. Also, ich habe alle karte ausgeschaltenderweise. Echt schon am untersten Grenzwert, aber... Da müsste man wirklich, wirst du das nochmal machen müssen. Da kann man einfach das nächste Mal irgendwie schauen, dass wir nichts überreden. Dass der sein Läppchen zur Verfügung stellt, ja. Naja, das geht aber nur, wenn die Angie bei mir ist. Und das wird sich in nächster Zeit nicht mehr so häufig zutragen wahrscheinlich, weil als Zivile nach... Das müssen wir schauen. Ja, wie soll ich das? Das ist eine Möglichkeit. Epische Wolfsklaue. Du bist der epische Wolfsklaue, Alter. Na, da gibt's einen, der liegt an dem Boden. Ja, ich weiß. Nein, tust du nichts. Doch weiß ich. Nein, tust du nichts. Doch weiß ich. Nein. Sie werden republikanische Kredits akzeptieren. Und das zählen? Na, du hast schon aufgekloppt. Pfeifel doch weg. Wie fangen die Orks an? Spike konnte den Boden vor lauter Leichen nicht mehr sehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, auf was du anspielst. Bist du gelebt, ey? Das wären ja nicht weniger. Boah, 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 boah. Es ist genial. Das ist das, wovon wir immer geträumt haben, gibts zu. Ja, irgendwie schon, gell? So, und jetzt leg den verdammten Kestus einmal an. So. Und jetzt erkennst du das, oder? Ja. Haha. Kestus. Das schwebende Diamant. Das Ding schaut ja so cool aus. Jo. Und jetzt sieht man's näher mal. Vor allem. Vor allem minus 14% Aufladezeit. Schummelt. Ja. Gestus ist einfach so geschummelt. Aber es schaut einfach cool aus, oder? Jetzt kennt ihr so fast aus, als ein WoW. Ach du Scheiße. Oh, ich will da weg. Ich will da einfach nur noch weg. Weißt du nicht warum, aber ich will da weg. Und ihr seid eh schon alle da fuhren. Boah. Brüder. Der Schakal ist dann so im Durchschnitt so 5, 6 Level über. Und er braucht mich. Ja, aber die Fett sind ziemlich eine, muss ich sagen. Bei mir liegt eine Verkörperung. Ja, ja. Ich hab da gerade ein paar Schakale zu betreuen. Da ist ein Amulett. Boah, jetzt dann aber mit der, mit der, mit der, äh, mit der nochmal verringerten Aufladezeit. Das ist genial. Ich kann durchheilen, mehr oder weniger. Ey, wo müssen wir denn das langlaufen? Links. Links? Ah, okay. Oh Gott. Oh, 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 oh Gott. Oh mein Gott. Komm mit mir, Bro. Schau mal, diesen riesigen Haufen, Mann. Der mitten liegt. Da, wo die Standarte steht, das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal, aber ich habe jetzt erst gelesen, dass Salpeter-Soldaten. Die Engel sind wie ein Diaschow. Ja, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei den vier eigentlich gesagt kein Wunder mehr. Oh, oh. Hat irgendwer eine Ahnung, wie viel ich da gerade getötet habe in meinem Rausch, oder? Keine Ahnung, warte mal, ich kann es umschreiben. Viel. Ich glaube, das umschreibt es auch ziemlich gut. Wow, wow, wow. Bist du. Boah, schau mal, wie viele die das sind. Schon wieder so Standarte. Mariana, der Haufen wird immer größer. Denk an die Genfer Konvention, Mann. Genfer was? Genf ist noch nicht erfunden. Genf ist nur der von, das ist die Memphiser Konfessier. Das ist ja nicht mal feierlich. Die Konvention von Rakotes oder irgend sowas. Man sieht den Boden vor lauter Leichen nicht. Ja, völlig richtige Beschreibung. Mariana, das wird jetzt aber doch auch nicht wirklich. Ja, das wird jetzt noch ein Spiegel, aber boom, tot ist. Boom, tot ist. So nenn ich mich in Ägypten. Boom, tot ist, ja. Ja, so ist schon praktisch, dass boom, tot ist. Oh, meinst du? енное. Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung. Ja, keine Lösung. ja wie gesagt wir haben ja gerade angelegte matthias kommt mich gerade retten wort ihr euch tut obwohl gar nicht zu uneffektiv was die mich an energietränk brauche die sind bei mir wichtig als die leute aber wir sind doch ein schlapfzungen laufen aber keine freundin gehen alle an den kapitel warte ich glaube ich bin eh bei dir da in der nähe ja ich stehe neben dir ich hab's gemacht danke oh wieder ein großes na das ist auch der fach ich hab schon gemeint der mob was? großer mob? ach groß was ist schon groß da müssen schon 10.000 auf einmal kommen dann ist das groß ja für euch hey warte bis ich meine gigantengestalt habe aber wisst ihr was lustig ist? ich bin schon wirst klar nein das ist nicht lustig und zwar wenn wir irgendwann am engpass haben ganz viele kommen dann kommt auf einmal der matthias ja ganz verhalten auf einmal schreit er dies ist sparta ja na dies ist standarte dies ist standarte ja da vorne ist der große mob weg aber ich glaube wenn wir zu dritt sind hauen wir generell den x-max eine das bringt spaß ja aber das ist halt standarte da noch die gigantengestalt und dann bin ich so sechs meter groß und macht 250 prozent schon ja ist das dann der moment wo bei der angie die die karten abbraucht was für akkorden ach so also na diesen grillspieß den sie dann als laptop bezeichnet genau ja 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 ich trage inzwischen so viel von dieser ja dann schmilzt bei dir die ssd weg na na ich streame auf andere platten ja schwödersebischers äh ich versuch doch grad ein bisschen blottsporn in dem die sachen übernommen schlicht aber boah wo 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 ah da ein krankes gefieder das ist ja total krank das gefieder das ist ja total verkalkt oh 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 hält ich hab das gefühl ich bin gerade in der kognilnest gestiegen na handtaschen bestes gucci leder ja ich werd grad zum gucci lieferanten glaube ich boah ja ach so da farmen die ihre leder handtaschen aaaaaa ja flieg es wie es hat ich glaub da kommt man nicht dazu auch durch mal endlich haben wir einen mob den du nicht töten kannst ja ja das ist es ist zumindest etwas oder was ja dass du meinen mob nicht töten kannst äh ich stehe da grad in einem Haufen Handtaschen die einen Haufen ägyptische Frauen eh glücklich machen werden weil sie Tangas draus bauen dann würden sie ja die Männer glücklich machen stimmt richtig ja es kneift doch im schritt ähm es war gar nicht das was ich sagen wollte ja du sagst oft das was du nicht sagen willst ich versuchst du sagst oft eine dinge die keiner hören will ach ach scheiße irgendwer schreit ach okay oh wir sind schon wieder bei fast 19 minuten ok es schreit noch na na ja aber erst wenn ihr alle assembled seid beziehungsweise wo seid ihr aber wir haben noch den beseitigt den du ignoriert hast wie kommt verstehe dann macht sie noch alles fertig und dann treffen wir uns vorhin beim Brunnen und dann machen wir das Abschlusswort und dann gehen wir alle aufs Klo wir sind schon fertig wir sind schon beim Tempel des See ja ja aber du willst verkaufen oder so die Händler abklappen du ach scheiße verkaufen ach ach wohin 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 ja wo rennt ihr alle hin ja achso ja wir sind verwirrt ja das sieht man wir sind schlimmer als jeder W-W-Rate denn noch weniger noch weniger Orientierung oh boah der Effekt folter wirklich gell ich suche so mehrere Effekte ein aber der gefällt mir am besten der da da schon so jetzt haben wir alle versammelt steine schnell die gescheit hin schau zur Kamera der Effekt wartet der Effekt ist auch cool psss ja das kann was ok dann bis zum nächsten Mal Leute bis dann tschüss tschüss